Vor ungefähr 35 Jahren ist in diesem Zimmer etwas Grauenvolles passiert. Doch die Wahrheit ist nie ans Licht gekommen. Action! Wir drehen mit dem teuren Uester in einer Ruine mit Prostituierten von einem Zuhälter. Was stimmt nicht? Halt sie fest! Halt sie fest! Oh Gott! Ben, sie schwebt! Etwas Schlimmes hatte sich zugetragen. Aber ich war nicht gefasst auf das Böse. Wenn die jetzt noch länger rumzögern, dann öffnet sich die Heide! Es ist zu spät.